hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen video von mir und zwar wollen wir insgesamt 25 schwarzlöwen drohen heute gemeinsam öffnen wobei ich sagen muss ich habe vorhin schon eine geöffnet ohne die aufnahme zu starten also sind es in diesem video jetzt nur noch 24 schlüssel bzw 24 in der ersten druhe war ein schwarzlöwenticket drin eine schwere handwerkstasche beziehungsweise sogar ein farbkanister in grün und auch ein schwarzlöwenfigürchen aber schauen wir mal gemeinsam was es überhaupt geben kann garantiert bekommt man natürlich immer die grünen farbkanister die schwarzen löwenfigürchen und hier hat sich eigentlich nicht wirklich viel getan an den waffen selbst sind dieses mal die alchemisten waffen drin die verschiedenen skins und worauf ich eigentlich spekulier ist der wahlgeist gleitschein möchte ich unbedingt haben genau als seltener gegenstand gibt es die liebestrunkenen waffen und natürlich hier die verschiedenen knoten die es immer gibt und super selten habe ich leider noch nie eins bekommen sind die permanenten handwerksverträge aber lange rede kurzer sinn fangen wir an eine transmutation ladungen und ein währungsumtauschkuppenschein und natürlich die gewöhnlichen sachen das können wir nicht verwenden sonne und mond farbkit und eine materialientasche von drachensturz ein stoffwechselstarter und ein schnipsel mini spielzeugei und ein aufwertungsextraktor jetzt haben wir ja noch nicht so viel glück schwarzen löwen ticket für miniaturen stoffwechselstarter eine schwarz löwen gedenkmünze ja ein gold immerhin karmessin rote löwen farbkit und der erste skin für ein liebens trunkenes großschwert garantierte rüstungsweichhaltung und wieder ein farbkit schwarzen löwen schlossknacker kit ja und wieder transmutationsladungen ein schwarz löwen ticket für miniaturen teleport zum freund davon habe ich einfach nur 323 brauche ich also nicht wirklich wieder transmutationsladungen und schnipseln mit materialientasche von drachensturz und eine blauverschiebungsfarbe wieder eine wiederbelebungskugel und ein mini spielzeugei ein skin für ein alchemistengewehr und große handwerkstasche leider nur t5 garantierte garderobenfreischaltung sonne-mond-farbkit die swania stulpenhandschuhe t6 materialversorgungsstarter wieder eine garantierte rüstungsfreischaltung und karmessinsrote löwenfarbkit mal wieder ein teleport zum freund und eine wiederbelebungskugel ja selten aber immerhin ich will mal wieder transmutationsladungen und ein schwarz löwen material taschen ein mini ei aufwertungsextraktor mal wieder ein teleport zum freund und ein stoffwechselstarter eine gedenkmünze immerhin wieder ein gold sonne-mond-farbkit und jetzt hätte ich eigentlich gern mein wahlgeleitschirm nein wieder eine materialientasche und ein stoffwechselstarter so schauen wir uns das mal genauer an drei wiederbelebungskugeln insgesamt 20 transmutationsladungen die können wir gleich machen hier ein schlossknacker-kit immerhin das können wir mal gebrauchen die farben machen wir hier mal hin das können wir nachher alles mal öffnen das hier können wir verkaufen große handwerkstaschen t5 material muss man glaube ich nicht näher erläutern zwei skins da können wir auch mal nachher reinschauen genauso wie die eier das hier brauchen wir auch zwei schwarz löwen schnipsel ein ticket hier machen wir die farben wieder hin materialientasche das lege ich nachher in meine bank schwarz löwenfigürchen auch nicht schlecht farben und was haben wir hier ah t6 können wir gleich mal benutzen ja t6 material muss man nicht viel sagen versorgungsstarter so jetzt schauen wir uns mal den skin hier an vorschau jetzt nicht so der renner finde ich aber gut ok so dann schauen wir mal hier was fehlt das ist dann wir hier wir wir jetzt machen wir das so und so dann habe ich hier mal diese beiden Dann die garantierte Rüstungsfreischaltung Stabiler Waffenschmied, Hubsack, oh okay Das sind Sachen, die kann man eigentlich herstellen Dann kriegt man sie nicht über seine garantierte Rüstungsfreischaltung, aber okay Hier gab's Auch nichts wirklich Gutes Die Alien Taschen noch mal aufmachen Wir haben hier T6 Blut T6 Clown Toten Alles gut so So, dann schauen wir hier mal Der Jahrmarkt kurzbogen Ja, kann man leider nicht Schade, schade, schade Oh, die hab ich noch nicht Schauen wir mal, wie wertvoll die wäre 16 Silber Ja Auch nicht viel Aber immerhin Ich hatte sie nicht Oops Ich habe sie nicht Schade 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 1 für mich 1,50, gehen wir mal runter, 1,45 So, ich krieg mir so noch ein bisschen Gold Sonne, Mond, Farbe gibt's Oha, hab ich schon, Rot, Gold, hab ich noch nicht Honig Oder Blau So, dann schauen wir mal, wie wertvoll die wären 3,5 So, dann setz mal die rein Tagesanbruchfarbe 93, ja, 3,80 So, dann kommen wir noch zu den Skins Das liebestrunkene Großschwert Schauen wir es uns mal an Find ich persönlich jetzt nicht so toll Wie die einzige Bewegung von dem Schwertschwert Das leuchtende Herz Schauen wir uns das Gewehr noch an Also außer das Scharfschützengewehr Und die legendäre Waffe Gibt's, finde ich, in Guild Wars einfach keine schönen Gewehre Naja, finde ich auch nicht so schön Schauen wir noch mal schnell auf den Preis Hier noch hin, rund 50 Das Gewehr, klar, will auch keiner haben Schauen wir mal 20 Gold Gut, das soll es aber auch schon gewesen sein Vielen Dank fürs Zuschauen Wenn euch das Video gefallen hat Lasst einfach ein Like, ein Abo oder ein Daumen hoch da Ihr könnt auch gerne in die Kommentare reinschreiben Ob es etwas zu verbessern gibt Ansonsten, bis zum nächsten Mal